halli hallo ihr nüsse herzlich willkommen zu einer neuen folge green hell wir bauen immer noch an unserem lager an der festung der einsamkeit wir sind auch letzte folge gut vorangekommen das sieht ja ganz gut aus wir haben die ganzen dächer hier zugezogen das dach da oben haben wir auch gemacht ja und dann haben wir schon mal die blaupausen angefangen zu setzen so für diese folge hier kommt noch ein abteil hin hier machen wir zu da machen auf jeden fall zu und ja auch also hier kommt ein eingang quasi hin genau und ich würde auch sagen wir legen direkt los für die seiteneingänge brauchen wir bamos haben wir uns mal fix das heute mal nicht vorgefarmt denn bambus haben wir nämlich hier und weit unseres lagers und gibt hier auch nur drei unterschiedliche arten einmal normaler bambus stock genau den langen bambus stock und das bambus holz schallt was wir aber brauchen sind erstmal die langen stöcke ich wollte die darf gar nicht haben sagt die schmeißen wir mal auf einen haufen holz hier gleich noch ein bisschen mehr ab oh nee ameisen weg weg ihr misst fischer ich habe schon wieder irgendwelche wewe ich alles voll mit regeln das schreit wo sind probiere ich überhaupt richtige orientierung von und da zack brauchen erstmal eigentlich nur die langen stöcke na komm liegt auch dann immer nach mal abholz noch so viel mist rum was zwar aussieht wie langer bambus aber im endeffekt gar keiner ist so wir können glaube ich sechs ne fünf auf einmal tragen bringen wir schon mal rüber und fangen an die direkt ein zu basteln schade dass man das hier nicht demontieren kann da kann ich mit der axt draufschlagen wie ich will da passiert nichts so wieso kann ich hier nichts dran machen gerade das irritiert mich ich setze den mal neu gucken ob das was bringt wo ist seiteneingang da ist er weiß da ist er weiß da ist er auch weiß aha so jetzt jetzt geht es anscheinend oh der stand gerade einfach nur nicht richtig was ist denn hier mein bombushaufen der lag doch hier irgendwo 1 2 3 4 5 dann warte schon mal wieder zurück die dämliche schlange ist noch nicht wieder neu gespawnt das ist ganz gut ich habe nämlich so eine schlange am lager die direkt da immer spawnt auch dann immer alle jubeljahre da mal wieder auf ich nehme mal den tukern hier mit der arme kann man auch eine schöne tukern suppe oder tukern fleisch machen wie gesagt das mit dem bambus ist ein bisschen mäh dass man da nicht ordentlich sieht wo er liegt finde ich zumindest hier ist nix an Fähigzeug nö gut so dazu hopp das haben wir auch fertig was wir in dieser Folge auf jeden Fall auch anfangen ist uns Lagerkapazitäten zu bauen also Lager in Form von Kisten so wie echt denn jetzt den Bambus abholzen nee komm wir machen hier keine keine großartigen Faxen kein Bock auf die ganzen Ameisen und wir gehen das doch mit da Feuer mitnehmen oder so Mist dass die dann nicht mehr da sind Moment da muss noch einer liegen da liegt er doch hopp und dich nehmen wir auch noch mit dann haben wir wieder fünf so hier fallen auch schon wieder Nüsse durch die Gegend zack geht doch genau auf so dann haben wir das auch erstmal zu jetzt kümmern wir uns um das Gestell dafür brauchen wir jetzt wieder zwei Holzschalter eben eben oh ich bin überladen mal wieder das ist nämlich auch mit dem Grund warum ich die Kiste haben will dann kann ich die ganzen Lebensmittel die ich aktuell so dabei habe nämlich endlich mal wegbasteln so wir brauchen fünf lange Stöcke da kriegen wir jetzt wohl hin hier äh drei vier ach wir hätten auch wieder einfach Maximum nehmen können ne das wäre schneller gegangen macht aber nix jetzt hätte es ja keiner hopp 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 und hopp gut dann machen wir die erstmal zu sprich wir bauen die Kiste noch nicht die kommt später genau die Lebensschuppenband hier wieder ran ähm äh ein bisschen Leben hier vorbereitet hopp ich glaube vier Fuhren sind dort aus dem Leben Nummer eins dadurch dass da der Regen geht aber auch immer relativ fix ähm zu bewässern da muss ich mich ja quasi um nichts kümmern dann geht recht schnell kann ja eine Zwischenzeit irgendwie Holz beim Feuer nachlegen oder so eine Geschichte das geht schon wieder die Ausdauer aus ja gut du musst mal mehr Ausdauertraining machen geht doch so nicht cool die Wand haben wir jetzt müssen wir das Dach darauf ballern ähm wo haben wir denn das Dach da ähm ja brauche ich gar nicht gucken wieviel wir können ja immer nur eins nehmen hopp so und in den Alkoven da kommt halt auf jeden Fall gleich eine Kiste rein dann kriegen wir das Inventar nämlich ein bisschen leerer sind nicht dauernd überladen ich meine ich könnte auch die ganzen Waffen die ich jetzt hier nicht so brauche mit dem Bogen und den Speer und so wegpacken aber ich habe zumindest einen davon auf jeden Fall immer gerne dabei falls man wieder so eine dämliche Schlange oder so ein Shitform ist spawnt kann ich das gleich weg machen und verwerten natürlich wir schmeißen ja nichts weg hopp zwei brauchen wir jetzt noch dann haben wir da nämlich zu oh ne wir brauchen noch drei so wie der da aussieht also jetzt noch zwei für das äußerste Ende noch ein quasi zack ja genau aber auch das kriegen wir hin zack so jetzt gucken wir mal wie das hier mit der Kiste ob das überhaupt passt so wie ich mir da vorstelle das ist die Lagerkiste äh 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 so geht ja auch aber denke ich war die Idee ein bisschen dass hier komplett da reingeht äh schade aber da geht auch so ist jetzt nur innenarchitektonisch äh nicht ganz so geil pack unser Feuer ist ausgegangen nein doch nicht mehr so viel äh Zunder Material so wir brauchen ja echt viele Stöcker na dann machen wir den Rucksack voll hopp Feuerbretter brauchen wir glaube ich gleich auch noch äh erstmal den Ziegelstein ein paar mehr Kistenfressen davon äh glaube ich gar nicht so viel ich glaube zwei brauchen wir insgesamt oh ne wir brauchen sogar nur ein und jetzt brauchen wir noch zwei Feuerbretter Feuerbretter kriegen wir halt aus dem Holzschalt sammeln dann platzt mir im Rucksack ja schön ah absolut am überlisten ne 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 na fuck ich brauche trotzdem Platz im Rucksack doch nicht überlistet wir müssen das alles mal ein Stück hier rüberschieben naja hier Pfeil du bist nach ganz unten nur das mal so na der zweite Pfeil kommt auch hier nach unten der Obsidian kommt hier rüber die ganzen Verbände kommen hier hin so geht halt auf ich glaube wir müssen die Federn schmeißen wir mal kurz hier runter können wir dann auch gleich mit in die Kiste hauen tack so Nummer eins das ganze bauen wir jetzt nochmal nehm entschmeißen sammeln so hopp oh ne wir brauchen noch einen zweiten Lebensziegelstein für die Innenverkleidung völlig vergessen wird doch schon wieder dunkel wie spät ist das hier schon wieder ach es ist schon wieder 19 Uhr so aber wir haben unsere Lagerkiste endlich ähm da rein packen wir auf jeden Fall mal das Obsidian Zeug äh den Diensten Kaffee können wir auch hier reinpacken und dann die ganzen Essensdosen auf jeden Fall das Schmerzmittel auch komm sortieren können wir jetzt später immer noch wenn wir ein paar mehr Kisten haben so wir haben jetzt ein bisschen mehr Platz und äh weniger Gewicht im Rucksack Schokoriegel Nüsse noch mehr Nüsse Kohlsaft äh die Honigfarbe kommt auch hier rein dann Schmerzmittel so was haben wir jetzt hier noch so die Federn können wir hier noch mit reinpacken äh gesagt die brauchen wir auch nicht so die Fischgräten packen wir auch mal mit dazu die werden wir wahrscheinlich nachher wieso steht hier null das ist ein bisschen verrückt die werden wir wahrscheinlich nachher auch irgendwo anders mit reinpacken wenn wir mehr Kisten haben aber erstmal ist jetzt unsere Grabbelkiste hier die Kohle fange ich jetzt gar nicht erst an hier mit reinpacken weil ich hab so viel Kohle ähm die kommt gleich mit zu unserem äh Kohle Lagerplatz benutzen benutzen so noch mehr Federn hier rein werdet ihr gleich sehen was ich mit dem Kohle Lagerplatz meine und warum ich sage dass ich ähm ein bisschen was an Kohle habe hier ist unser Kohle Lagerplatz alles voll mit dem Zeug also jetzt können wir hier wieder sortieren so jetzt haben wir doch hier ein bisschen Platz in der Bude oh ich hab hier noch ach so genau das Tugamfleisch auch mal sortieren drücken so das sieht doch gut aus schmeißen wir noch kurz ein neues Feuerchen an Feuerchen da kleines war wieder nicht genug Stöcke Hammer die Hammer so hierin anfeuern dann können wir weitermachen mhm das ist doch unser letztes da muss ich mich mal wieder nach ein bisschen Zunder umschauen zack so hier ist sauberes Wasser drin ach komm machen wir hier Tugansuppe gut jetzt machen wir weiter mit den Blaupausen für die Lehmverkleidung ähm Moment das haben wir das haben wir auch und lehmseiten eingegangen haben wir auch Geilomat so wir fangen mal mit dem Seiteneingang wieder an eins zwei und Nummer drei Nummer vier sieht doch gut aus jetzt haben wir hier direkt so kleinen Eingang an unserer Kochegge dann haben wir natürlich auch Ausblick zwei und drei oh ne wir brauchen vier ich lerne das aber auch nicht wie viel ich wofür brauche ich gucke da auch nie drauf ich meine irgendwann ist fertig ne irgendwann ist das Ding dann halt auch einfach fertig ich bin schon wieder dreckig wie ein Stier also noch nicht komplett dreckig aber schon dreckig ihr wisst was ich meine so komm her du Sau drin hier reicht das ne ich glaube wir brauchen einen mehr ne ach verdammt verdammt wir jetzt nochmal Lehm ansetzen den ein ja im Ernst ach Gott lassen wir hier die Nässe aufsammeln na gut dann holen wir noch einmal schnell Lehm das habe ich mal wieder super getimt dass mir genau einer fehlt ne das ist auch der eine also ich habe nicht nachgerechnet vorher aber das ist auch der eine wo ich gesagt habe an der Lehmkiste brauchen wir nur äh an der Kiste brauchen wir nur einen da brauchen wir doch zwei genau dieser eine fehlt jetzt das ist ähm Murphys Long den nehmen geil du mat so renn damit Asche rein dann gehen wir zwischendurch mal kurz duschen was sagen eigentlich unsere oh läuft können wir uns gleich mal ne ne Banane holen zum schnabulieren hätt ich geduscht ach guck mal hier hängen doch noch Bananen eins zwei ich könnte sagen hängt da noch eine äh eine davon können wir mal direkt essen oh so dann müsste unser Leben auch wieder fertig sein wie gesagt dank dem Regen geht da der fix das hört im übrigen auch gar nicht mehr auf zu regnen ne ne so das ist jetzt anscheinend Regenzeit dafür kommt demnächst bestimmt wieder acht Jahre äh gar kein Regen von oben runter wobei das ja auch nichts macht weil wir sind ja mittlerweile gut versorgt so die wichtigsten Sachen haben wir eigentlich geschafft was jetzt noch ansteht ist wir müssen mal ähm eine müssen wir auf jeden Fall fertig bauen damit er wisst worauf ich hinaus will wir brauchen noch mal stellen ja das machen wir mal noch aus normalem müssen wir eigentlich genug noch für haben als drei geht hier ähnlich eins zwei drei die anderen können wir dann als äh Bambo stellen ich will das hier auf jeden Fall noch fertig haben äh damit ihr wisst wie es aussehen sollt drei nehmen und Nummer vier so eins hier genau und jetzt ziehen wir den kompletten anderen Rest hier einen hin warum passt du denn schon wieder nicht hier hin du Mistzau warum passt du hier nicht rein geh da rein nehmen wir den normalen Rahmen wie hatten wir das denn angestellt das Problem hatten wir doch schon mal ich glaube auch genau auf der gleichen Ebene da habe ich irgendeinen Trick hatte ich da das Problem nee 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 es geht nicht warum so geht es das ist auch manchmal echt verrückt genau so soll das ganze dann aussehen sprich von der Breite her ist es so wie in der hinteren dann haben wir hier so einen kleinen so eine Art Vorgarten noch hier können wir dann zum Beispiel auch noch so einen Pflanzkübel hinsetzen das wird dann komplett zugemacht beziehungsweise irgendwo hier werden wir dann auch nochmal einen Eingang reinsetzen das ist dann unsere unterste Ebene so diese Koch- und Lagerebene mit einem Gästebett und dem Durchgang zum Sanitärbereich wenn die dann komplett fertig ist kümmern wir uns auch weiter um die zweite Ebene oben was ja dann so die Wohnebene eigentlich sein soll so mit mehreren Schlafbereichen vielleicht auch nochmal ein bisschen was an Lagerkapazität und hier können wir vielleicht auch noch Moment funktioniert das überhaupt bevor ich das jetzt verspreche da will ich hin ne hier brauche ich hier müsste das sein ist das hier nicht ist doch hier ich muss kurz gucken ist das hier mit ja hier ist das genau mit Setzkästen für Blümchen aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik das ist noch Zukunftsmusik so wir haben eigentlich wieder ein gutes Stück geschafft in dieser Folge Mist ich bin vernünftig getroffen hier wo ist er hin es ist auf jeden Fall tot die Jagdmusik ist aus da liegt er so den nehmen wir noch fix aus aber wieder ein bisschen ein bisschen Fleisch und Knochen und Stöcker ja ich weiß dass du fertig bist gut wie gesagt aber das war es dann für diese Folge vielen Dank fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst gerne Daumen nach oben da schreibt in die Kommentare auch gerne rein was wir hier noch besser machen können ob ihr da noch coole Ideen habt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder habt noch einen schönen Tag haut da rein tschüss schreibt in die Kommentare schreibtit auf auch 富 okay nicht